Heute heiße ich euch besonders herzlich willkommen zu den Zuversichtgedanken aus Karlsruhe Gnielingen, weil dieses Willkommen nicht nur mein Persönliches ist, sondern weil dahinter das große Willkommen von Jesus selbst steht. Ihr ahnt schon, es geht um die neue Jahreslosung, das Motto, dass sich die deutschsprachigen christlichen Kirchen für jedes Jahr raussuchen und geben. Und das Motto, die Jahreslosung für 2022, sie ist überliefert im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36, die ist ein Willkommensversprechen von Jesus. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mehr willkommen geht ja eigentlich nicht. Dachte ich. Meine Freude über diese wunderbare Jahreslosung, die ließ mich, glaube ich, in der Neujahrspredigt so ein bisschen schweben. Aber ich wurde schnell wieder runtergeholt. Eine Gottesdienstbesucherin, die mich wohlwollend kritisch in meinem Predigen begleitet, die meinte hinterher, ja, es sei ja schon gut gewesen, aber eben nichts Besonderes, sowas, was man halt gewohnt ist von Jesus zu hören, sei alles irgendwie so erwartbar gewesen, kein Aha-Erlebnis. Uff, wie vielen wird es bei dieser Jahreslosung genauso gehen? Offensichtlich hat diese Frau einen Nerv getroffen. Das ist so normal, so erwartbar. Das verbinden wir mit Jesus. Das ist doch sozusagen sein Job, dass er uns willkommen heißt. Das reißt keinen mehr vom Hocker. Manchmal denke ich, Jesus ist es, glaube ich, selbst mit seiner Willkommenseinladung genauso gegangen. Der Satz, dass wir bei ihm willkommen sind und nicht abgewiesen werden, wenn wir zu ihm kommen, der ist ja im Zusammenhang mit einer längeren Rede gesagt. Und am Ende ist es nicht so, dass die Menschen in Scharen kommen. Im Gegenteil, die meisten gehen fort, sodass Jesus dann am Ende seine zwölf Jünger noch fragt, wollt ihr auch noch weggehen? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, das ist der Schlüssel, wer zu mir kommt. Und ich glaube, es gibt keine perfektere Illustration für diese Jahreslosung als die Beispielgeschichte, die Jesus selber erzählt vom verlorenen Sohn. Der Vater, der auf seinen verlorenen Sohn wartet, der ihm dann entgegenläuft, der ihn in die Arme schließt, der ein Fest für ihn macht. Ja, das ist eine zentrale Botschaft. Das ist das größte Glück für Gott. Das ist und gibt ein Fest im Himmel, wenn ein Mensch zu ihm zurückfindet. Und es spielt keine Rolle, was da vorher war. Aber diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die hat ja noch eine zweite Pointe. Da gibt es ja noch diesen anderen Sohn, den Anständigen, den Braven, den, der immer gemacht hat, was der Vater wollte. Und der sich nun tierisch nervt über diesen Bruder, der erstmal die Sau rauslässt, der dann bei den Schweinen landet und dann zurück ins gemachte Nest kommen will und da auch noch wunderbar empfangen wird. Da will er nicht mitmachen. Das nervt ihn tierisch. Da geht er nicht rein. Und was macht der Vater? Auch diesem zweiten Sohn begegnet er mit einer ganz großen, tiefen Liebe. Er hält ihm keine Moralpredigt. Er versucht ihm die Augen zu öffnen, dass auch er mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Wertschätzung willkommen ist. Aber da hört die Geschichte auf. Wie dieser Sohn sich entschieden hat, das erfahren wir nicht mehr. Weil es letztlich genau darauf ankommt, wie werden wir reagieren, wer zu mir kommt. Das ist, glaube ich, das Thema, dieses Kommen-Wollen. Die meisten von uns sind doch wie dieser anständige, brave Sohn in der Geschichte. Die meisten von uns, die, ja, die gehen doch jetzt nicht irgendwie weg oder schlagen über die Stränge. Aber sie vergessen dann letztlich doch, zu Jesus zu kommen, in Anspruch zu nehmen, was er schenkt. Wenn ich ehrlich bin, dann war es bei mir ja auch das eigene Scheitern, das mir nochmal ganz tief und neu bewusst gemacht hat, wie wunderbar es ist, bei Jesus willkommen zu sein. Bald 24 Jahre ist es jetzt her. Ich war am Ende, meine Ehe war am Ende, meine ganzen Ideale, auch die Frommen waren am Ende. Es war einfach alles in Scherben. Und es war so bitter, dass es mir heute noch ziemlich schwerfällt, darüber zu reden. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass Gott so einen wie mich nicht mehr gebrauchen kann. Dann jedenfalls nicht im Dienst als Pfarrer. Und ich weiß noch, wie ich gebetet habe, Jesus, okay, eine Bewerbung mache ich noch. Aber wenn du mich noch haben willst, dann mach bitte, dass ich da genommen werde. Sonst ist es für mich ganz klar ein Zeichen, dass du mich nicht mehr willst. Auch okay. Und dann wurde ich genommen. Obwohl mir vorher noch jemand von denen da sagte, dass sie so jemand wie mich ganz sicher nicht nehmen würden. Für mich war glasklar und nicht nur für mich. Jesus will mich noch. Und ich glaube, emotionaler und tiefer kann man dieses Versprechen von Jesus eigentlich kaum erleben. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Vielleicht ist auch deswegen dieses Willkommenheißen zu meinem Lebensthema geworden. Einladend sein und einladen. Obwohl es ja eigentlich meinem naturell gar nicht so entspricht. Jesus sagt zwei Sätze vorher, was uns bei ihm erwartet. Er spricht von sich als dem Brot des Lebens. Und er sagt, ich stille deinen Lebenshunger. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist es, was uns bei Jesus erwartet. Unser Lebenshunger wird gestillt. Es gibt erfülltes Leben, das im ewigen Leben mündet. Wisst ihr, eigentlich ist es ja kaum zu glauben, dass das jemand nicht will. Für mich ist es einfach wunderbar, dass Jesus immer noch in der weit geöffneten Tür steht. Dass er sich nicht irre machen lässt von den vielen, die ihn ignorieren. Dass bis heute gilt, wer auch immer du bist und was immer auch war. Jesus sagt dir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nimm's doch in Anspruch, auch wenn du zu den ganz Braven und Anständigen gehörst. Komm zu ihm und nimm das, was er dir schenkt. Bleib gesund und behütet und im Frieden Gottes. Bis zur neuen Zuversichtgedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber